Hallo, ich neuer Aufnahme. Typisch Metroid, ne? Ich mach die Playlist an, direkt Bossmusik. Das Beste, das Lied, was jetzt per Zufall in der Playlist ist, heißt Welcome Back. No, welcome back. Hashtag Yolocaust. Hashtag Yolocaust? Ja. Ich vergaß. Ja, nein, wirklich. Hashtag spaghetti yolonesa, heißt das. Nein, Hashtag Yolocaust. Nein, äh. Wo genau müssen wir hin? Ein Ami hat so ein Selfie. Ich will nicht die Flaschenpost machen. Ich will nicht die Flaschenpost machen. Ich will erst die Hauptquest hier. Hörbein, der Weg nach dir. Sie ist schon da hinten. Ja, ich sehe es auch. Nee, es geht darum. Hashtag Yolocaust. Ami hat ein Selfie in Auschwitz gemacht, hat dann wieder gefordert, Hashtag Yolocaust. Ja, braucht man nicht, ist nicht. Nee, das ist total akzeptabel. Das ist Ami ist einfach. Die dürften sowas. Hätte das ein Deutscher gemacht, hätte man sofort nachziehen. Ja, ja. Ja, ja. Auch du recht? Oh Gott, du hast einen seiner Hons gefunden? Aber er ist viel bitter. Trotzdem, du hast alle seine Bänder gefunden. Bring sie ihm zurück. Und was für hinterher die Hände. Alter, ich habe zwei Schüttchen. Ja, ich habe zwei Schüttchen. Ich habe zwei Schüttchen auf einmal. Ich habe zwei Schüttchen auf einmal. Kehr zu Herbert zurück. Wo ist denn der? Herbert, der wegen der Schmutz. Ich kann schon lösen. Läschen. 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 Ja, Läschen. Das war so geil, ey. Er hat da so einen Ausraster geschoben, ey. Richtig hart. Lab for death, oder was? Nee, sims. Ja, der freundin ist auch. Guck mal, ich habe unsere Familie leid gemacht, ey. Ach, scheiße. Hör mal zu, hör mal zu. Mit solchen Schutzgebieten oder ohne? Halt die Fresse, hör mir zu. Ich bin da oben ins Büro gegangen zu uns, habe dann gelesen und meine Mutter saß unten am am PC-Aller hat gezockt. Das war zu viel, da habe ich ausgemacht. So tragisch, ey. Das ist tragisch. Für Zeit lang war das auch sogar real shit bei uns. So real shit. Die sind so real. Yo, yo, hashtag YOLO, hashtag Holocaust. Nein, hashtag YOLO-CAUST. Hashtag YOLO-CAUST. Hashtag YOLO-CAUST. Hashtag YOLO-CAUST. Hashtag YOLO-CAUST. Hashtag YOLO-CAUST. Nein, hashtag YOLO-CAUST. Hashtag YOLO-CAUST. Ne, 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 ne. YOLO-CAUST. Hä? So funktioniert das Ding ruhig. Was hat die Scheiße? Wir müssen hier hoch, ne? Ich weiß. Ich liebe dich. Warte mal, wo ist noch hoch? Du bist du scheiße. Was ist hier über mir ist? Ne, oh. Weißen, wir müssen zu Herbert. Der Wing-Dash-Wort. Koi. So was wäre das besser? Wie so liegen da tote Menschen? Äh, 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 äh. Wie so hast du keine Hände mehr? Wie so hast du keine Hände mehr? Ich, ich hatte Hunger. Auf, Hände. Ja, wieso, ich hab's doch irgendwo gekocht. Wie man das einfach feiern muss. Ja. Wer das nicht feiert, der... Einfach töten. Alleinschot. Karl, wieso hast du das getan? Ich kannte mal... Oh, nee, das war ich. Oh, oh, das war ich? Nein. Aber ich hab hier mit der UAPU ins Gesicht geschossen. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, okay, ich bin dem. Ich bräuchte so ein Verkaufsautomaten, weiß der. So, das integrieren. Oh, das ist das. Weiß ich schon auch noch? Ja. Damals abwundet ihr die Sitz? Nein, nein. Weiß ich was? Weiß ich was? Die auf Prinzip. Junge. Die hatte ich nicht viel klar, ohne zu brauchen weiter. Ja, das glaube ich dir. Hörbe! Nee, hab ich dich gefunden. Nee, hab ich dich gefunden. Wollt ihr euch auf Prinzip? Ja. Alter, voll die Motivationsschranke hier, Alter. Ja. Geh, Kompass. Also welchen Karten spiel ich dir? Ich spiel Death Trap. Äh, äh, Clap Trap. Death Trap. Death Trap. Death Trap ist übrigens jemand anderes. Death Trap ist der, den er aufgedauert. Death Trap ist der, den du hast. Ja, ja, das ist ja. Genau, Death Trap. Wer spielte Willem? Nathlögi und so weiter. Ich spiel Peter. Ich spiel Peter. Hey, Kevin. Hier ist ein Korrosiv für Dinge ins Granati. Gucken. Tauschen. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir hier fallen. Und natürliche Nebengeräusche erscheinen hier. Wo ist er? Hier. Ja, das wertet das Let's Play halt auf. Ja, ja. Äh, ja. Ist besser. Und ich bin der Mann für die Korrosionsgranaten. Von daher. Wollt unser Ätzen sagen wir uns ein Ätzen, das wie viel? Hm. Ich weiß auch immer, dass du denn. Was ist das denn für eine Granate, die ich hab? Ja, ja. Ja, das wird nicht so gut. Ja, das ist echt. Nein, ich kann's nicht singen. Äh, das ist kein Problem. Ist der Weg hier runter eigentlich richtig? Äh, 360, no scope. Geronimo! Geronimo. Ja. Aber ich muss ein Gefühl dazu auf meine Maus gehen. Wieso ist das denn da hinten? Oh, du scheiße bist. Ich bin ja nicht mehr. ich bin nicht scheiße, das Ding ist scheiße, wenn es da hinten ist. Warum schlupfst du den runter, Karen? Ne, ich? Ich? Philipp macht nen Abflug, hahaha. Ey, Philipp, was machst du bei der Wiederbelegungsstation? Komm, jetzt los. Was ich da mache? Geh doch mal. Geh doch mal, Alter, Leute. Ey, Philipp, was machst du auf der anderen Seite vom Tal? Los, Philipp, springen, du schaffst das. Das beste ist eh, ich hab so nen Windows Remix im Hintergrund von, wie heißt ich nochmal? Der spring! Er legt sich mit der Schwellkraft an, genau wie Rex Goebbelt. Die sagt nur, Felix Popgarter, ne? DIN 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 Ja, aber der hat zumindest geschafft. Haha. Gitter. Hashtag Schallgeschwindigkeit. Halt so nen Hashtag, ey. Hashtag. Früher hat nen Hashtag als Spielbrett von Tic Tac Togo genutzt, ja. Gitter. Aber auf so nen Hashtag, wenn ich das bei Twitter mache, passt da nicht die ganzen Zeichen hin. Hashtag YOLO. Hashtag YOLO. Das krieg ich gleich hin. Hashtag YOLO Code. Komm jederzeit wieder vorbei. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja, wenn du deine Seele schon jetzt verkaufst, dann kann ich ja die Zeichen. Ja, natürlich hab ich die schon verkauft. Verkauft. Bei eBay. Für 42 Pfennig. Ach, deine Seele ist so wenig wert? Nein, meine Seele ist nix wert. Allein wenn du rote Haare hast, hast du schon keine Seele mehr. Stell dir mal vor, du bist schwarz, hast rote Haare, Jude und ne Frau. Das ist Schicksal. Mhm. Das ist, äh, sehr, ja. Da kann man ja einfach alles... Was macht Philipp da hinten? Dann kannst du wirklich sagen, Gott hasst dich. Oh ja. Oh ja. Na ja, dass ich keine Natur herumgefahren habe. Oder wie hießen die bei Source Park? Daywalker? Daywalker? Rotschöpfe. Ich kenn nur Daylight. Rotschöpfe. Rotschöpfe mit Sommersprossen, die tagsüber, äh, verbrennen, wenn sie in die Sonne gehen. Deswegen brauchen die einen Ringenschild. Ey, Philipp. Ja? Hast du schon mal Daylight gespielt? Äh. Ähm. Ups. Wow. Hast du da? Eine sehr kurze und knappe Antwort. Ja. Bloß nicht zu sehen von einem verraten. Ja, ja. Hallo. Wobei, nach dem Kant, nach Kant, glaub ich, ist das irgendwie, jede Antwort von dir sagt mehr über dir als über mich. Nee. Wer hat das nochmal? Was? Was? Ey, Philipp. Du bist ja reich, ne? Du hast ja so ziemlich, äh, fast schon ganz Steam aufgekauft. Hast du Sniperly 3? Nein. Kauf dir das, du bist reich. Ja, genau. Hallo, du hast einen Trailer-Server, ja? Ja und? Dass halt niemand mal reich ist. Ich würd das nicht mehr wundern, wenn der Server zu Hose stehen hat. Ach, bald hab ich das wahrscheinlich. Jetzt, ich sag doch, wie der ist reich. Da hat jemand Erektion fallen lassen. Erektion. Erektion! Nein. Scheiße, da komm ich nicht dran. Anti-Erektion. Ey, guck mal oben auf der Karte. Ich bin nicht reich. Wieso? Was ist noch auf der Karte? Nur weil ich meinen Steam-Account mit Spiel... Ein gelbes Ding. Ach so das. Nur weil ich meinen Steam-Account mit Spiel... Nur weil ich meinen Steam-Account mit Spiel gefüttert habe. Aber ich hab auch keine anderen Spiele aus, von daher. Und dieses eine Mal, wo sie mir in die Augen gesehen hat... Wegen... Macintosh. Macintosh. Also wenn ich reich wäre, dann hätte ich ein Mac. Mac... Wieso soll's... Ja gut, man kauft sich auch schon mal Müll, wenn man reich ist. Das stimmt. Gibt ja auch Leute, die kaufen sich dieses... Handy. Wie heißt das? Schlechtfrauen, genau. Schlechtfrauen. Soll's wirklich geben. Weißt du, für 8 Milliarden Euro holen die sich so ein Handy, was kaum besser ist als ein altes Nokia. Ja. Aber ein alte Nokias sind doch gut. Ja, damit kann man... Damit kann man mit Türen eintreten. Neute mal den Turbo-Philip. Kennst du links fahren? Da ist die Quest, ne? Ich kann nur rechts fahren. Rechts? Hey Leute, wohin? Philipp, drück mal C. Ich weiß nicht, drück mal C. Was? Ach, da hin. Und drück mal C. Ne. Hab ich den auch gerade. Ach, du bist... Jan! Mann! Junge! Egal, aber das... Das musste kommen. Hashtag YOLO. Das... Das ist das... Das ist das typische, wenn man so einen... Macintosh-Remix hört. Das heißt, ein Remix von was Schlechten. Wieso kann ich jetzt mein... Ein Fahrzeug spawnen? Weil Philipp eins hat und ich eins hat. Ja, aber... Nix aber. Aber du hast doch gar keins. Ach, ihr seid in einem? Nein. Doch, bei mir schon. Nein. Äh... Kommst darauf? Weil eure Namen ineinander sind. So wie ihr auch. Wenn ich euch privat in einem Schlafzimmer sehe. Jaja... Jetzt sind keine Lügengerichten anzielen. Ich hab Fotos. Ich hab Fotos. Ich hab Beweise, dass wir beide... Bäh. 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 Ich hab... Alter, wenn du Beweise davon sogar hast, ne? Dann weiß ich gar nicht mehr weiter. Ja. Nein. Hallo. Wo ihr Arm und... Wo ihr Arm und Arm... Darum gebettelt habt, dass... Äh... Watch Dogs endlich rauskommen. Das ist Watch Dogs. Das ist was anderes. Watch Dogs darf. Watch Dogs Liebe oder was? Watch Dogs Liebe. Das ist halt wirklich... Hashtag Omi Liebe. Ah, okay. Definitiv. Okay, zu spielen. Irgendwie nicht mehr, dass du drückst du Affe? Nein. Geht doch. Hey Philipp, was machst du denn da? Ich mach dich fest. Wenn ihr da rum... Rumpf... Die... 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 Ja. Geh in die Zahl. Dann, was machst du da oben? Ich mach dich fest. Wenn ihr da rum... Rumpf... Die... Stammt. Ja, ich blut... Ich bin hier oben rum, aber... Wie heißt das? Du ziehst du rum rum? Äh... 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 Ähm... Da musst du mir hochkommen? Wie muss ich mich hochkommen? Ich muss überhaupt erst mal kommen. Aber bei euch beiden... Ich frage dir das mit ganz Ritz. Ich frage dir das mit ganz Ritz. Ja, Erfolgsunterhaltung. Geht das nicht. Ah, ja... Wie läuft denn mit Sarah? Mit Sarah und Jessica Parker. BATTERSLOADER! Ey, Philip. Was machst du noch da unten? Ja, ihr könnt doch von mir aus gehen. Also, ihr könnt doch reisen. Ach, der BATTERSLOADER hier. Ach, der BATTERSLOADER hier. Verpiss ich. BATTER... BATTERNERF WALLERLAND. Oh? Wir sollten eine Teambesprechung machen. Was? Ach, der BATTERSLOADER hier oben. BATTERNERF WALLERLAND. Ich dachte nur so BATTERNERF WALLERLAND. Die Frage, die sich stellt, ist, was macht Philip da unten? BATTERNERF BADASS. BATTERNERF BADASSES. BATTERNERF BADASSES. Cool, Granaten sind schlecht. KAGO. SCP-K Der Stuhl in deinen Kopf musst du transportieren. Bleib mal kurz stehen. Ja. Philipp, du bist ja derjenige, der mehr all anders gespielt hat als Zeit auf der Toilette verbracht, ne? Ja. Dann kannst du uns bestimmt auch dieses Badass-Token-System erklären. Ja. Ja. Wir arbeiten jetzt eine Doktorarbeit. Also für jede Scheiße kriegst du halt so Badass-Ränge. Das heißt, Level 1, da kriegst du einen Punkt für deinen Rang, danach kriegst du 10 Rang, danach kriegst du 20 Rang und danach kriegst du 15 Rang und danach kriegst du 200 Rang. So. Also ich muss eins sagen, Philipp hat schon geilen Arsch. Ja, danke. Ja, und weiter. Ähm. Ja. Ich weiß auch keine Ahnung, wann man die genau bekommt. Ja, alle 100 Ränge, hat doch gerade gesagt. Achso, alle 100, weil das krank so wie etwa Pipapo. Könnte dann auch 2 sein oder 10.000 oder 12. 50. Ich bin nur Badass-Gang 16.286, also von daher. 20. Wie gesagt, ich bin nur Badass-Gang 16.286 für meine Spielstunden. Oh, das ist bestimmt, dass das alle 13.000 50, 100, 85, 80. 80 war das doch. 80. 80! 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 so dass sie uns freuen was macht ihr in der Haltung der Polykunden? also ich kenne Polyethylen also ich bin hier erstmal am Looten ich bin hier erstmal am Looten it's Loot Time ey Jan ey Philip ey Kevin wenn du so fünf Gegenstände auf dem Boden hast ne im Kreis und du lootest die weißt du was du dann hast? du hast dann ein Looting gemacht ah 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 irgendwie bin ich zu plach willst du im Moment nicht viel gebrauchen ja ja äh was macht ihr da? JNK ich kann nur ähm GNR NKD du meinst NPD BNKD Loader wieso habe ich eigentlich so viel Gesundheit? das fast schon viel NKD NKD oh nein 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 nicht den Bullloader nicht den Bullloader okay dann beleb mich bitte wieder Jaja erst den höheren Levellegend du hast es verstanden Monkey ja das ist taktische grunde ich krieg dich oh gott oh gott oh gott scheiße steht richtig stück mit halb wo wirst du hier an oh du bist hinter dir na dumm scheiße oh ach da den powerloader krieg ich wohl hin vielleicht du machst es mir ich will nicht dass du es mir machst meine güte lad dich dann loader doch alle bei meinem Video runter mach es mir ist ja nicht zu verwerfen naja äh nicht wirklich also keine Anspielung es ist kein edgy wie man an das ist das ist beides schlecht die Waffen da ist ja was sehr tolles dabei wir haben ja noch ein paar stecken bei der Krüterie und amper können wir irgendwann eine Aufnahmepause ein einigermaßen machen ne ist doch einfach während der Aufnahme ja ok ach ich verkapierst du den JNK oder Junkloader soll das heißen weil die nur aus Möbel stehen ne aha das ist so wie die IXPloader ja exploder dann spielt ihr mal zu weit ich bin gerade mir was zu gut am holen du holst einen runter ok